Hey, willkommen zu einem neuen Video. In diesem digitalen Zeitalter haben wir alle die Möglichkeit, Fotos zu machen und sie sofort über die sozialen Medien zu teilen. Was aber, wenn die Fotos bei näherer Betrachtung dunkle und beunruhigende Dinge offenbaren? Jedes Foto, das wir euch zeigen werden, wird euch einen Schauer über den Rücken jagen. Heute zeigen wir euch 20 Fotos mit gruseligen Hintergrundgeschichten. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, dann gib einen Daumen hoch! Nummer 20 Die dunklen Wächter sind eine Gruppe von Wesen, die angeblich in den Bergen der Region Big Sur in Kalifornien gesehen wurden. Sie sind seit Jahrhunderten dokumentiert, wobei einige der frühesten Berichte auf die spanische Besetzung des Gebiets im 16. und 17. Jahrhundert zurückgehen. Diese schattenhaften Gestalten, die oft als menschenähnlich beschrieben werden, scheinen das Gebiet in den Bergen zu bewachen. Der Ursprung dieser mysteriösen Gestalten ist ungewiss, aber sie sind Teil der lokalen Folklore. Manche glauben, dass es sich um die Geister der Chumash handelt, eines amerikanischen Ureinwohnerstammes, der in der Region Big Sur lebte. Andere halten sie für Erscheinungen spanischer Soldaten oder Missionare, die einst in dieser Gegend lebten. Sie scheinen oft Stöcke oder Wanderstäbe in der Hand zu halten und einige Zeugen behaupten, sie hätten leuchtende Augen oder andere ungewöhnliche Merkmale gesehen. Manche Menschen behaupten, dass sie diesen Wesen beim Wandern in den Bergen begegnet sind, während andere sagen, sie hätten sie nur aus der Ferne gesehen. Nummer 19 Der Boothill-Geist ist berichten zufolge eine geisterhafte Gestalt, die auf einem Foto in der Nähe des Boothill-Friedhofs in Tomstone, Arizona festgehalten wurde. Der Friedhof ist berühmt als letzte Ruhestätte vieler berüchtigter Einwohner von Tomstone, darunter Cowboys, Bergleute und Gesetzlose. Das Foto wurde 1996 von R.B. Schumann aufgenommen und ist seither ein beliebtes Gesprächsthema unter Liebhabern des Paranormalen. Im Vordergrund ist ein Mann zu sehen, der die ikonische Kleidung eines Cowboys aus dem Wilden Westen trägt. Im Hintergrund des Fotos ist eine scheinbar durchscheinende Figur zu sehen, deren Körper und Kopf nur vage umrissen ist. Die Gesichtszüge sind nur schwer zu erkennen und einige Personen haben berichtet, dass sie eine Kapuze auf dem Kopf der Figur gesehen haben. Leider ist das Foto recht grobkörnig und von schlechter Qualität, sodass die Details nur schwer zu erkennen sind. Während die meisten Menschen glauben, dass es sich um einen Geist handelt, sind andere anderer Meinung. Sie glauben, dass es sich um einen fotografischen Fehler des Bildes handeln könnte. Was meint ihr dazu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Nummer 18 Das fragliche Foto wurde von Karen Collett aufgenommen, die mit ihrem Neffen im Zug unterwegs war und beschloss ein Foto von ihm zu machen. Später als das Foto entwickelt wurde, bemerkte die Frau eine seltsame Gestalt im Hintergrund. Einige identifizierten die Gestalt als Bruno Hauptmann, ein Mann, der 1932 wegen einer abscheulichen Tat verurteilt und hingerichtet wurde. Die Erscheinung des Mannes im Hintergrund des Fotos hat einige zu der Vermutung veranlasst, dass sein Geist den Zug oder die Gegend, in der er hingerichtet wurde, heimsucht. Unabhängig von der Erklärung bleibt das Foto ziemlich unheimlich und lässt die Frage aufkommen, ob Geister wirklich existieren können. Es ist möglich, dass die Frau versehentlich ein Foto gemacht hat, auf dem ein Plakat mit einer Figur zu sehen war, die wie Bruno Hauptmann aussah, aber das Museum bestreitet seine Figur in einer Werbung verwendet zu haben. Verschiedenen Berichten zufolge erhielt die Frau nach der Aufnahme des Fotos einen anonymen Anruf von jemandem, der behauptete, der Mann auf dem Foto sei unschuldig. Auch Bruno Hauptmann beteuerte bis zu seinem Tod seine Unschuld an der abscheulichen Tat, die ihm vorgeworfen wurde. Nummer 17 Robert Lansbury und Reed Blackburn waren Fotografen, die den Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980 in dramatischen Details festhielten. Der Ausbruch wurde durch eine Ansammlung von Magma und Gasen unter dem Berg verursacht, die zu einer Reihe von Explosionen führten, die schließlich den Berg zum Einsturz brachten. Die Eruption war unglaublich stark und setzte schätzungsweise 24 Megatonnen thermischer Energie frei. Einigen Forschern zufolge war der Gipfel 500 Mal so explosiv wie die Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Die Eruption verursachte auch massive Schäden an der umliegenden Landschaft und erzeugte eine große Aschewolke, die sich über die Region ausbreitete. Das letzte Foto von Robert Lansbury, auf dem er auf einem Stuhl sitzt, wurde kurz vor dem berüchtigten Ausbruch des Mount St. Helens aufgenommen. Er war ein erfahrener Fotograf und hatte den Mut, sich dem aktiven Vulkan zu nähern, um die magische und intensive Schönheit der Natur auf Film festzuhalten. Einem anderen Mann namens Reed Blackburn gelang es, die heftigen Explosionen und die anschließende Zerstörung durch den Ausbruch in mehreren Fotos festzuhalten. Beide Männer überlebten das Ereignis nicht und ihre Fotos wurden erst später gefunden. Nummer 16 Der Vorfall am Falcon Lake gilt als einer der am besten dokumentierten UFO-Fälle in Kanada. Der Vorfall erhebte sich, als Stephen Michelek in der Nähe des Falcon Lake in Manitoba nach Mineralien suchte. Seinen Angaben zufolge sah er zwei zigarrenförmige Objekte am Himmel. Als eines von ihnen herunterkam und in der Nähe landete, beschloss er, dem nachzugehen. Stephen behauptet, er habe mehrere Löcher in dem Objekt gesehen und als er versuchte, es zu berühren, stieg es schnell nach oben. In diesem Moment wurde er von einem heißen Gas- oder Luftstoß getroffen, der ihn schwindelig und desorientiert machte. Als er in sein Hotel zurückkehrte, verspürte er ungewöhnliche Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Verbrennungen am Bauch, die zu den Löchern passten, die er in dem Objekt gesehen hatte. Dies veranlasste ihn, einen Arzt aufzusuchen. Der Vorfall wurde von der Royal Canadian Mounted Police und dem kanadischen Militär untersucht, die Beweise für verbrannte Vegetation und andere Anomalien am Ort des Geschehens fanden. Bis zum heutigen Tag sind Stephens Behauptungen jedoch ungeklärt. Auch seine Verbrennungen bleiben ein Rätsel und einige spekulieren, dass sie mit der Strahlung oder anderen außerirdischen Energiequellen zusammenhängen könnten. Glaubt ihr, dass er tatsächlich außerirdischen Wesen begegnet ist? Nummer 15 In der Vergangenheit war es üblich, dass Familien einen professionellen Fotografen engagierten, um schöne Momente für ihre Familienporträts festzuhalten. Doch als eine anonyme Familie einen weiteren Blick auf ihr geliebtes Foto warf, sah sie etwas, das ihr einen Schauer über den Rücken jagte. Das Foto wirkt auf den ersten Blick unschuldig, doch bei näherer Betrachtung offenbart sich ein unheimliches und beunruhigendes Detail. Auf der rechten Seite des Fotos sind die Eltern, das älteste Kind, ein Baby auf dem Schoß der Mutter und das jüngste Kind zu sehen. Das von wem genau gehalten wird? Viele Menschen glauben, dass es sich um die Hand eines Geistes handelt, der mit der Familie verbunden ist. Während viele dieser Phänomene als einfache Kamerafehler oder optische Täuschungen erklärt werden können, bleiben einige unerklärt. Eine Theorie besagt, dass Geister von Technik oder elektronischen Geräten angezogen werden, was erklären könnte, warum sie manchmal auf Fotos oder Videoaufnahmen erscheinen. Eine andere Theorie besagt, dass die Fotografie in der Lage sein könnte, Bilder einzufangen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind und dass Geister in dieser Dimension existieren könnten. Nummer 14 Das Foto von zwei geisterhaften Gesichtern der SS Watertown wurde berichten zufolge 1924 vor der Küste Kaliforniens aufgenommen. Den Berichten zufolge war der Kapitän des Schiffes, Keith Tracy, während der Reise gestorben und die Besatzung hatte eine Seebestattung durchgeführt. Das Foto soll nach diesem Ereignis aufgenommen worden sein und es wird vermutet, dass die Gesichter im Wasser die Geister der verstorbenen Besatzungsmitglieder sein könnten. Das Schicksal der Besatzungsmitglieder auf dem Schiff bleibt jedoch ein Rätsel und was genau mit dem Schiff geschah, ist auch unklar. Die Herkunft des Fotos ist ebenfalls unklar, aber es soll von einem Schiffsfotografen namens M.F. Davis aufgenommen worden sein. Im Laufe der Jahre hat das Foto viele Spekulationen ausgelöst. Viele meinen, es sei ein Beweis für die Existenz von Geistern oder des Übernatürlichen. 13 Mitte des 19. Jahrhunderts wimmelte es in den Great Plains von Millionen von Bisons, deren donnerndes Gebrüll ihnen den Spitznamen Donner der Prärie einbrachte. Die Great Plains sind ein großes Gebiet, das sich vom amerikanischen Bundesstaat Texas im Süden bis hinter die kanadische Grenze im Norden erstreckt. Die Ankunft der europäischen Siedler markierte jedoch einen Wendepunkt im Schicksal dieser gewaltigen Kreaturen. Sie organisierten große Jagdgesellschaften und hinterließen eine Spur von Bison-Kadavern, wie auf diesem Foto zu sehen ist. Im Gegensatz zu den amerikanischen Ureinwohnern und Buffalo Bill, die auf den Bison als Nahrungs- und Überlebensmittel angewiesen waren, töteten viele dieser Jäger die Tiere aus reinem Spaß an der Freude und zur Unterhaltung. Ein Jäger, Orlando Brown, war berüchtigt dafür, dass er allein mit seinem Gewehr fast 6000 Bisons erlegte. Leider brachten diese Jagden die Bison-Population an den Rand des Aussterbens, von über 30 Millionen in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf weniger als 1000 in der Mitte der 1880er Jahre. Dies hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die indigenen Stämme in diesem Gebiet, die auf den Bison als Nahrungskleidungs- und Schutzlieferant angewiesen waren. Nummer 12 Nach Angaben eines deutschen Forschers namens Gregor wurde ein mumifizierter Riesenfinger entdeckt, der angeblich zu einem über zwei Meter großen Menschen gehörte. Der Finger ist beeindruckend 15 Zentimeter lang und wenn er echt ist, stellt er einen bemerkenswerten Fund in der Geschichte der Giganten auf der Erde dar. Die Fotos wurden angeblich 1988 bei einer Ausgrabung durch einen Grabräuber in Ägypten aufgenommen. Um Kopien der Fotos zu erhalten, musste der Forscher 300 Dollar bezahlen und hat sie seitdem nie wieder gesehen. Riesen, sowohl in der griechischen als auch in der nordischen Mythologie, haben eine lange und faszinierende Geschichte in den menschlichen Mythen und der Folklore. In der Schweizer Folklore gibt es auch Geschichten von Bergriesen, die in den hohen Gipfeln der Alpen leben. Auch in der Mythologie Deutschlands und Österreichs gibt es Geschichten von Waldriesen, die die bewaldeten Gebiete des Landes durchstreifen. Der mumifizierte Riesenfinger wirft die Frage auf, ob im alten Ägypten eine Bevölkerung von Riesen gelebt haben könnte. Was meint ihr dazu? Nummer 11 Die berüchtigte Annabelle-Puppe ist ein Thema, das seit langem Menschen auf der ganzen Welt fasziniert und verängstigt. Laut der paranormalen Ermittlerin Lorraine Warren ist die Annabelle-Puppe vom Geist eines jungen Mädchens namens Annabelle Higgins besessen. Die Geschichte der Puppe begann in den frühen 1970er Jahren, als eine Mutter sie als Geschenk für ihre Tochter Donna kaufte, die als Krankenpflegeschülerin mit ihrer Mitbewohnerin Angelica in einer Wohnung lebte. Kurz darauf begannen Donna und Angelica seltsame Vorkommnisse in ihrer Wohnung zu beobachten. Die Annabelle-Puppe schien sich von selbst zu bewegen, ihre Position zu verändern oder sogar in anderen Räumen zu erscheinen. Eines Tages kamen die Schülerinnen nach Hause und mussten feststellen, dass die Puppe ihnen eine handgeschriebene Notiz mit der Aufschrift Hälft uns hinterlassen hatte. Verängstigt wandten sie sich an ein übersinnliches Medium. Diese Frau sagte ihnen, dass die Puppe vom Geist von Annabelle Higgins kontrolliert wurde, einem jungen Mädchen, das Jahre zuvor auf dem Grundstück gestorben war. Schließlich wurde Lorraine Warren zu einer Untersuchung hinzugezogen und sie stellte schnell fest, dass die Puppe tatsächlich von einer bösartigen Präsenz besessen war. Jetzt, da ihr die Vorgeschichte kennt, wird dieses Foto von Lorraine, die die besessene Puppe vor ihrem Haus hält, noch gruseliger. Findet ihr nicht auch? Nummer 10 Die Hiroshima-Schatten sind eine erschreckende und tragische Erinnerung an die Verwüstung, die der Atombombenabwurf auf Hiroshima am 6. August 1945 angerichtet hat. Es handelt sich um die Schatten von Menschen und Gegenständen, die durch die intensive Hitze und Strahlung der Explosion die schätzungsweise Temperaturen von bis zu 5432 Grad Celsius erreichte, verdampft wurden. Die Schatten wurden in Oberflächen wie Beton, Stein und Metall geätzt. Da sich die Explosion am Morgen ereignete, als die Sonne tief am Himmel stand, wurden die Schatten schräg geworfen, was einen gespenstischen dreidimensionalen Effekt erzeugte. Viele der Schatten sind heute noch in Hiroshima zu sehen und sind eine beliebte Touristenattraktion, die Besucher aus aller Welt anzieht. Zu den berühmtesten Hiroshima-Schatten gehören der Schatten einer Person, der auf den Stufen der Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall zu sehen ist, und der Schatten einer Frau und ihres Babys, der in den Straßen in der Nähe des Hypozentrums zu sehen ist. Nummer 9 Eine Urlauberfamilie wurde aufgeschreckt, als sie bei einem Tagesausflug zum Roundhay-Park in der Nähe von Leeds, West Yorkshire, eine mysteriöse weiß gekleidete Gestalt im Hintergrund eines ihrer Fotos bemerkte. In der Gegend wurden Geistersichtungen und paranormale Aktivitäten gemeldet. Einige Leute behaupten, bei einem Besuch des Parks mysteriöse Geräusche, und unheimliche Empfindungen gehört zu haben. Ein weiteres Urlaubsfoto wurde in der Nähe des Lockyer River in Südost-Queensland Australien aufgenommen. Auf dem Foto sieht man eine Familie mit ihren Kindern im Wasser schwimmen, aber in der Mitte ist eine unheimliche durchscheinende Gestalt zu sehen. Die Geschichte wird noch beunruhigender, wenn man herausfindet, dass 1913 an der gleichen Stelle ein 13-jähriges Mädchen ertrunken ist. Fotos wie diese bringen einen wirklich zum Nachdenken. Könnten Geister tatsächlich existieren? Oder wie kann man sich das sonst erklären? Nummer 8 Es gibt viele Spekulationen und Geheimnisse um das letzte Foto von Christopher McCandless. Christopher war ein amerikanischer Abenteurer, der seine Reise nach dem College-Abschluss begann. Anstatt eine traditionelle Karriere zu verfolgen, begab er sich auf eine Reihe von Abenteuern und landete schließlich im Frühjahr 1992 in Alaska. Er lebte von der Natur, jagte und suchte nach Nahrung, kämpfte aber mit dem Überleben in der rauen Wildnis. Irgendwann brach er Kontakt ab und seine Leiche wurde erst später im Jahr 1992 in einem verlassenen Bus entdeckt, mehr als 100 Tage nachdem er als vermisst gemeldet worden war. Das letzte Foto von Christopher ist ziemlich unheimlich, da er mit einem hilflosen Gesichtsausdruck in die Ferne starrt. Einige spekulieren, dass das Foto kurz vor seinem Tod aufgenommen wurde, während andere glauben, dass es bereits Wochen zuvor aufgenommen wurde. Die genauen Geschehnisse bleiben unklar, aber es wird vermutet, dass seine Ernährung zu seinem Untergang beitrug. Er ernährte sich hauptsächlich von wilden Pflanzen und Tieren, machte aber einige Fehler bei der Identifizierung essbarer Pflanzen und nahm wahrscheinlich auch giftige Pflanzen zu sich. Nummer 7 Im Jahr 1990 brachte NBA Hoops mehrere Karten mit verschiedenen Basketballspielern heraus. Die Karten sind zum Sammeln und Tauschen unter Basketballfans gedacht. Mark Jackson ist ein amerikanischer ehemaliger Profi-Basketballspieler, der eine umstrittene Karte hatte. Im Hintergrund der Karte sieht man Eric und Lylee Menendez im Publikum sitzen, die beiden Brüder, die wegen Mordes an ihren Eltern verurteilt worden waren. Es ist ein ziemlicher Zufall, dass der Fotograf, der das Bild aufnahm, einfach nur Bilder von der Menge beim Spiel macht und dabei versehentlich die Menendez-Brüder mit aufnahmen. Dennoch hat die Tatsache, dass die Menendez-Brüder im Hintergrund der Karte zu sehen sind, diese zu einem begehrten Sammlerstück gemacht. Der Fall der Menendez-Brüder ist nach wie vor eines der berüchtigtsten Verbrechen des späten 20. Jahrhunderts und die Geschichte von Mark Jacksons Karte, auf der sie zu sehen sind, hat die anhaltende Faszination nur noch verstärkt. Nummer 6 Vor einiger Zeit ist ein Foto aufgetaucht, auf dem ein Außerirdischer einem Militäroffizier die Hand schüttelt, während im Hintergrund ein Wissenschaftler zu sehen ist. Dieses angeblich durchgesickerte Foto aus den 1940er Jahren hat eine heftige Debatte ausgelöst. Es kursiert jedoch ein weiteres Foto, das einen Außerirdischen mit hochrangigen Offizieren zeigt. Diese grauen Außerirdischen stammen angeblich aus einem Sternensystem namens Ceta Reticuli, das 39 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Manche behaupten, diese Wesen hätten die Erde nach dem berüchtigten Roswell-UFO-Vorfall besucht. Obwohl im Laufe der Jahre zahlreiche Fotos und Videos aufgetaucht sind, auf denen angeblich außerirdische Wesen zu sehen sind, wurden viele von ihnen als Fälschungen entlarvt. Fotos wie diese untermauern jedoch die Behauptung, dass außerirdische Wesen existieren könnten, und es wäre schon ziemlich beängstigend, wenn die Regierungen tatsächlich mit ihnen Geschäfte gemacht hätten. Glaubt ihr daran? Oder was ist eure Meinung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 5 Im Jahr 2014 löste ein scheinbar unschuldiges Foto eines vierjährigen Mädchens am Strand von Sushi Japan eine Kontroverse im Internet aus, nachdem aufmerksame Betrachter ein paar mysteriöse Stiefel und ein blaues Hemd hinter ihren Beinen und ihrem Rücken entdeckt hatten. Das Foto wurde von einem Freund des Vaters des Mädchens auf Reddit hochgeladen und hat seitdem Spekulationen ausgelöst, dass es sich um den Geist eines Samurai handeln könnte. Der Grund dafür ist, dass der Strand, an dem sich das Mädchen und ihr Vater befanden, in der Nähe eines Samurai-Friedhofs lag. Trotz des unheimlichen Vorfalls glaubt das Mädchen angeblich, dass der Geist freundlich ist. Das Foto wurde bei einem Wochenendausflug an den Strand aufgenommen und war eines von mehreren Fotos, die der Vater des Mädchens machte. Erst als er sich die Fotos am Abend genauer ansah, bemerkte er das ungewöhnliche Paar Stiefel. Die Familie wohnt jetzt in Toronto, Kanada, lebte aber zu der Zeit in Tokio, Japan. Würdet ihr es gruselig finden, wenn ihr ein Foto macht, es später anseht und dann einen Geist entdeckt? Oder ist euch vielleicht schon mal etwas ähnliches passiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 4 Der Florida Skunk Ape ist eine legendäre Kreatur, die angeblich in den Sümpfen und Wäldern von Florida in den Vereinigten Staaten lebt. Die Kreatur ähnelt Bigfoot und soll ein großes, affenähnliches Wesen sein, das etwa einen Meter groß ist und einen starken, unangenehmen Geruch hat. Der Ursprung der Stunk Ape-Legende geht auf die Mythologie der Seminolen-Indianer zurück, wo die Kreatur als Esti Kapkaki bekannt war. Der Legende danach war der Esti Kapkaki ein riesiges Wesen, das in den Wäldern und Sümpfen Floridas lebte und die Fähigkeit besaß, sich lautlos durch die Bäume zu bewegen. Die Kreatur war dafür bekannt, dass sie ihr Territorium sehr schützte und jeden Angriff, der es betrat. Mit der Zeit entwickelte sich die Legende des Esti Kapkaki zum Stinktieraffen. In den 1950er Jahren wurde die Kreatur zum ersten Mal gesichtet. Diese Sichtungen dauern bis heute an und viele Menschen behaupten, den Stinktieraffen in freier Wildbahn gesehen zu haben. Nummer 3 Das fragliche Foto zeigt scheinbar eine Hochzeitsgesellschaft mit einer Gruppe von Menschen, die auf Stühlen sitzen und dem Paar bei der Hochzeit zusehen. Aber wenn man sich den Hintergrund des Fotos genau ansieht, erkennt man etwas Unheimliches. Wie wir sehen können, befinden sich mehrere Personen auf einem Balkon, die ähnliche Gewänder und Hüte tragen. Reddit-Nutzer haben spekuliert, dass das Foto in New Orleans aufgenommen wurde und dass es sich bei der Gruppe um eine Sekte oder eine Art religiöse Organisation handeln könnte. Es ist jedoch unklar, was diese Sekte auf dem Balkon gemacht hat, aber hoffen wir, dass sie keine bösen Absichten hatten oder dass es sich nur um einen Streich einiger Studenten handelte. Nummer 2 Die Tschernobyl-Katastrophe war ein katastrophaler nukleärer Zwischenfall, der sich am 26. April 1986 im Reaktor Nummer 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine ereignete. Bei der Katastrophe kam es zu einer Explosion und einem Brand, bei dem große Mengen radioaktiver Partikel in die Atmosphäre freigesetzt wurden und die Umgebung mit radioaktivem Material verseucht wurde. Sie gilt als die schlimmste Nuklearkatastrophe der Geschichte. Die hohe Strahlenbelastung, die durch die Katastrophe in die Umwelt gelangte, hatte verheerende Auswirkungen auf die Türwelt in der Umgebung. Tiere, die in der Nähe des Kraftwerks lebten, waren extrem hohen Strahlungswerten ausgesetzt, was zu gesundheitlichen Problemen und Mutationen führte. Am stärksten betroffen waren Tiere, die in der Nähe des Kraftwerks lebten, wie zum Beispiel Wildschweine. Ein berüchtigtes Beispiel dafür ist das Foto des mutierten Ferkels mit einem seltsamen und einzigartigen Körper. Nummer 1 Liebesbriefe ist nach Meinung einiger Leute das schlimmste Gemälde, das man je zu Gesicht bekommen hat. Es wird nicht einmal empfohlen, sich ein Foto des Gemäldes anzuschauen, da es Übelkeit hervorrufen kann. Aber wie kann das sein? Nun, es heißt, dass es in dem Gemälde spukt. Berichten zufolge haben Personen, die das Gemälde persönlich betrachtet haben, Schwindelgefühle, Übelkeit und sogar das Gefühl vom Boden abgehoben zu sein erlebt. Der Ursprung des Gemäldes ist unklar, aber es soll von dem britischen Künstler Charles Trevor Garland gemalt worden sein. Es zeigt ein junges Mädchen mit einem Blumenkorb, das auf einen Brief oder eine Notiz blickt. Manche Menschen glauben, dass das Bild verflucht ist oder negative Energie enthält, möglicherweise als Folge tragischer Ereignisse, die mit dem Bild verbunden sind. Es gibt verschiedene Theorien darüber, warum es in dem Gemälde spuken könnte. Einige vermuten, dass es mit dem problematischen Privatleben des Künstlers zusammenhängt, während andere glauben, dass das Gemälde selbst mit einem Fluch belegt ist. Es gibt auch Geschichten, die besagen, dass das Gemälde vom Übernatürlichen beeinflusst sein könnte oder irgendwie ein Portal oder eine Leitung für übernatürliche Energien geworden ist. Welches Foto hat euch eine Gänsehaut beschert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!